Die Berliner Philharmoniker trauern um Claudio Abado und widmen das Konzert des heutigen Abends unter der Leitung von Zubin Meta, unserem langjährigen, ehemaligen Chefdirigenten. Und zur Erinnerung an einen wunderbaren Menschen und großartigen Künstler darf ich Sie bitten, sich zu erheben und eine Minute schweigend an ihn zu denken. Hier in der Mailänder Skala vor leerem Publikumssaal wird gleich der Leiter der Mailänder Skala, aber auch der Oper unter den Linden in Berlin, Daniel Barenboim, hier hinten ans Dirigentenpult treten. Und wir sehen es, den zweiten Satz aus Beethovens dritter Symphonie spielen, den Trauermarsch und damit mit Mailand an Claudio Abado gedenken. Vor dem Haus werden die Mailänder stehen, die Türen der Mailänder Skala sind geöffnet, man wird nur den Klang hören und die Mailänder haben Claudio Abado viel zu verdanken. Er hat nicht nur dieses goldene Opernhaus entstaubt, sondern er ist mit seiner Musik auch in Firmen und Werkstätten gegangen und hat wirklich die klassische Musik unter das Volk gebracht. Also die Skala aufmachte, weg von der Haute-Bourgeoisie hin zum großen Publikum, so wie heute Abend. Wenn auch das große Publikum, die sich oben auf den billigen Plätzen immer versammelten, heute hier auf dem Platz sind, zusammen mit allen anderen und Wichtigen und Großen. Das, glaube ich, ist so eine Idee vom Publikum, die ihm sehr gefallen hätte. Und wenn er das von oben zuguckt heute, dann wird er froh sein, wird er sich glücklich schätzen, denke ich. Abado hat sehr viel in der Musik, gerade die Berliner Philharmoniker, sehr verändert in der Zeit, in der sie da war. Und das war natürlich nach so einer langen Karajan-Ära für jeden Dirigenten was wahnsinnig Schwieriges, so ein Orchester zu dirigieren und so ein Orchester zu prägen. Und ich glaube, das hat er sehr, sehr gut und auf seine sehr eigene Art geschafft. Es ist eine Person, sehr unterschiedlich, mehr Demokratie, mehr Hilfe der Menschen, die Kinder. Es ist möglich, es ist möglich, eine andere, es ist möglich. Applaus Applaus